Ja, hier zeige ich den Original Lotus Vita Wasserfilter, ein sehr schönes Filtersystem, ein Schwerkraftfilter. Unten werden die Mineralsteine in den Glasbehälter gelegt, die für die Mineralisierung des Wassers sorgen. Der Wasserfilter, den ich hier zeige, verwendet die patentierte PI-Technologie zur Wasseraufbereitung. Hier ist ein Kalkvorfilter, der das Wasser im Vorfeld reinigt, in diesem Behälter, in den das Wasser eingefüllt wird. Hier lässt sich der Kalkfilter ganz einfach anbringen. Hier ist das Kernstück des Filters mit seinen verschiedenen Filterschichten. Optional kann hier der Kalkfilter eingesetzt werden, wenn jemand sehr kalkhaltiges Leitungswasser zu Hause hat. Hier jetzt das Ganze zusammenfügen und das Wasser oben einfüllen. Das ist ein Schwerkraftfilter. Das heißt, das Wasser wird nicht unter Druck gesetzt, sondern sickert ganz natürlich durch verschiedene Filterschichten. und wir erhalten ein gereinigtes, wohlschmeckendes, belebtes, ganz natürliches Trinkwasser. Ein wirklich schöner Filter, den wir seit vielen Jahren verwenden. Wir sind sehr zufrieden. Hier sehen wir sehr schön, wie das Wasser durchsickert durch verschiedene Filterschichten. Wir erhalten ein wunderbares, gereinigtes, belebtes Trinkwasser. Dieses Filtersystem kann ich wärmstens empfehlen. Wir verwenden es seit langer Zeit und unten noch die Mineralsteine, die für die Mineralisierung sorgen. Ganz toller Filter. Sehr zu empfehlen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020